Vor allem das Treppabsteigen war für Christine ein gefürchtetes Hindernis. Doch seit zwei Jahren kann sie die Stufen sicher bewältigen, ohne dass sie vor jedem Schritt überlegen muss, wie sie das Bein auf die Stufen setzt. Dabei hilft jetzt die computergestützte Beinprothese. In der Prothese sind verschiedene Sensoren verteilt. Diese überprüfen 50 Mal in der Sekunde jeden Schritt des Trägers. Anhand dieser